Hallo, ich bin Andi Wittmann, Boardshipper seit 36 Jahren und Entwickler der Indiana Surfboards. Hier unser Kitefoil 5.2. Es ist 18 1,16 breit, 2 3 Achtel dick, 27,5 Liter. Es ist als Hybridboard gemacht. Klassisch Kitesurfen mit drei Finnen und zum Feulen die Feulaufnahme mit den zwei Boxen. Der Shape ist ein Stubby Shape, schmale, parallele Outline, breites Heck. Die Technologie ist ein EPS-Kern mit Carbon-Inegra-Laminat, sehr robust und steif. Ausgestattet mit einem Full-Deck-Pad, Kicktail, Fußlaufenmöglichkeiten, sowohl straight mittig als auch diagonal, zwei Stück jeweils nach außen. Veille Musik No Demun Vielen Dank.